Sie hockt sich auf den Schlüssel und überlegt, wo sie den Jungen mit dem blauen Blumen schon einmal zieht. Du musst nur noch innen einmal putzen, wegen so viel gequatscht. Guck mal hier! Sei vorsichtig, Riefmann! So, jetzt gucken wir uns mal an, was hier so abgeht. Er ist eine Kürzlange, die es ist. Er ist eine Kürzlange. Ich habe einen Kürzlange! Er ist eine Kürzlange! Er ist eine Kürzlange! Jetzt geht die Runde 2. Nein! 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 Ich glaube, wir kommen noch gar nicht mehr an. Mann, Mann, Mann ist das ein langer Weg. Ha-ha!